Musik So moin und herzlich willkommen bei meinem Vlog oder was es auch immer wird. Ich habe noch keine Ahnung, ich weiß nicht wie man sowas begrüßt, aber auf jeden Fall geht es aufs Wasser. Es ist jetzt halb neun und eigentlich wollte ich erst morgen anfangen zu filmen, aber das erste Sommergewitter ist durch und wir haben überraschenderweise auf der Rückseite ein bisschen Wind aus Südost und jetzt geht es nach Vreem und ich hoffe wir haben noch ein bisschen Spaß auf dem Wasser. Wir sehen uns, bis gleich! Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 wird jetzt auch schneller dunkel als gedacht, aber ich bin fertig, Schämmen ist aufgebaut, GoPro kommt jetzt in die Line und dann geht's auf das Wasser. Untertitelung des ZDF, 2020 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 auf dem Kiteback und muss jetzt auch nach Hause fahren. Ja, erster Vlog ist damit überstanden, ich hoffe es hat ein bisschen Spaß gemacht. Ja, jetzt ist es aus dem Sack, jetzt muss ich nur noch weitermachen. Der erste Vlog ist geschafft und ich hoffe euch hat es gefallen. Ihr könnt gerne Anregungen, Kritik, alles mögliche unter dem Video da lassen. Würde mich super freuen und wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin, ciao!